Hallo, heute mache ich ein Unboxing von einem neuen Element, Element-Schatten. So, hier ist Nightmare, Trapmaster, Falle, Dark, Trap und Zusatzlevel, Midnight Museum. Jetzt packe ich die Sachen aus. So, hier ist ein Spannungsgeräum. Kauchen. So, hier ist Protection und Bestes, die ich die Sachen aus dem Hier sind die Bösemächter. Die Bösemächter sind in der Bösemächter und in der Bösemächter. Die Bösemächter sind 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 in der Bösemächter. Das ist das Midnight Museum. Der Extra Level. Und der Midnight Museum hat nur, wenn es schon dunkel ist, auf. Das war's für heute mit dem Unboxing. Und ihr seht die Antakten von Dale im nächsten Video. Im nächsten Video spielen wir Midnight Museum.